Ja, es ist schön, dass man uns fragt. Bitte fragt. Ich bitte noch einmal. Ich hol jetzt noch einmal die philosophische Antwort, fragst die zwei Herren, die die in einer Pressekonferenz machen, dann kriegt sie an. Wäre es gescheiter gewesen, wenn Sie und Paul gleich im Verhandlungsteam gewesen wären? Ich scheiße jetzt auch mit dem Blödsinn.